meine damen und herren es ist kurz nach zehn wir sind alle fertig wir sind soweit ich begrüße sie heute zu unserem brot und backfest und sie wissen ja das freilich museum ist dafür bekannt dass immer wieder neue veranstaltungsformate entwickelt ich freue mich dass sie alle gekommen sind ich begrüße alle unsere händler vor allen dingen begrüße ich auch unsere polnischen freunde die also auch hier sind und ich bin überzeugt dass im laufe des tages mit dem einer mit dem anderen noch näher in kontakt kommen sehr geehrter herr dietrich werte gäste im namen der handwerkskammer frankfurt oder region aus brandenburg wünschen wir ihnen viel erfolg guten appetit ein super tag es ist der erste tag der brot und backstab in altramp und wir hoffen natürlich auch im namen der britzner backstube unser auto steht da vorne mit unserer netten kollegin einen erfolgreichen und super schönen tag abonniere 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018